herzlich willkommen auf den grad stando gaming und heute spielen war wieder wie ihr sehen könnt und heute fällen wir bäume abricht richtig gehört heute hellen wir die mal so wir haben jetzt ja auch irgendwie ein k stärken da können wir gegen den kollegen hier kämpfen weil ich könnte schon mal so ein ähnliches spiel habe ich glaube ich sogar schon mal gespielt hat tatsächlich ja ich drücke zurück okay kein bock mehr zu kämpfen um ehrlich zu sein warum habe ich eigentlich so einen gelben streifen wenn ich laufe egal man kriegt ja die eier kann man sich für 1000 trophäen holen ich habe aber nur 15 das heißt ich kann mir das erste einkaufen ein neues haustier entdeckt selten äxte ja ist schon ein kript ok man muss sich die kaufen plus 60 macht plus 75 in geschwindigkeit ja weiß ich nicht ob das so geil ist okay wir müssen jetzt erst mal gucken muss jetzt hier einfach nur die ganze zeit klicken aber das hat nichts mit baumfällen zu tun ja klick auf upgrade hier kann man ausrüsten ja ausrüsten denke man ab 2k stärke ok man kriegt die alle nach stärken ich verstehe da wir warten mal kurz geschenke oder was wollen die alle bei mir ich mach jetzt müsste ich ahja jetzt kann ich hier den ausrüsten speichern geil ich habe jetzt irgendwas kostenlos gekriegt aber ich kann auch wieder eine wiedergeburt machen du behältst seine haussehung und welches ok man bekommt behält er hat sie eine höhe eine erhöhte stärke pro wiedergeburt man behält haustiere und trails aber die akte hält man nicht aber ich würde trotzdem eine wiedergeburt noch sein da so erhalten sie eine erhöhte stärke pro wiedergeburt ja was heißt das egal man kann auch überspringen mit bohrwax ok naja tatsächlich man kriegt jetzt hier 24 schon ok ich verstehe ich würde mir mal hier ein haustier kaufen und dessen tippe ich hier ein neues haustier wie geil sind die haustiere jetzt ok wir haben nämlich jetzt die sie direkt jetzt können wir eigentlich wieder wiedergeburt machen du erhältst alle eben 10 von 50 weil marie ach so das kosten hier diese dinger kostet das aha ich habe es verstanden ok wir gehen mal kurz zu upgrades 4500 ok ich habe es doch ausgerüstet so was ist das keine ahnung das sind wahrscheinlich die meisten dinger platz benutzter namen gibt es nicht ok interessant macht aber auch nichts aber wenn wir dann geschenken wie ich sehe cool jetzt haben wir hier warte mal ich will mal kurz gucken extra ausriss so gut was kann man sich denn noch kaufen außer jetzt hier kraft kostenlose belohnung leite das spiel und kruppertreten nee kein bock flucht aus dem wald ja wir können gegen landwirt kämpfen so wie viel kriegen wir dann 75 wins ist so geil eigentlich wie viele brauchen wir denn hier für 125 und dafür 700 ok also wieder eine neue axt doppelte axt aber können wir eine wiedergeburt machen ja ich glaube es lohnt sich sogar eigentlich relativ weil dann verlieren wir halt wieder alle externe sind kacke eigentlich jetzt habe ich wieder eine neue axt oder ja also mit 18.000 stärke kriegt man neuer na gut wir können ja mal wieder gegen den landwirt einmal kurz kämpfen er müsste ich drücke drücken 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 jetzt haben wir 160 und wie viele braucht man für die den anderen 170 ne ne 125 geil wir können den rufen ok jetzt habe ich schon drei geile haustiere ein pinguin gut da machen wir mal wieder ein rebirth aber kann ich nicht weil ich zu wenig trofänen dinge habe egal wir gehen hier rein in der und holt uns einfach mal kurz die 50 und machen wir einmal wieder eine wiedergeburt zack ein apfel alles klar man kann ja auch irgendwie früchte sammeln na gut weiß ich jetzt nicht wiedergeburt zack die früchte behält man auch ok so wir haben jetzt wiedergeburt 100 warte mal was ich bin jetzt bei plus 20 prozent und habe jetzt 100 winz irgendwie wiedergeburt 100 was bedeutet das egal ich mache jetzt übelst schneller 2000 das ist ja alles klar dann behält man auch die äxte sagt man das sieht nämlich ganz danach aus da bam 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 na tatsächlich man behält auch die äxte das ist für die wiedergeburt brauchen wir 100 dinge gehen wir einmal aber da wir machen mal kurz ein bisschen mehr wieder ein geschenk ich habe einen neuen austier 3,5 machen wir den weg und holen uns den hier so ja perfekt wo dann gehen wir einmal rein und kämpfen wieder um einmal wieder zu werfen so zack wie wir rein damit jetzt brauchen wir nämlich dann 500 dinge um weiterzukommen und dann haben wir plus 30 prozent irgendwie was weiß ich hier kann man auch spinnen spiele für 18 minuten 18 minuten muss ich das spiel spielen ok so was haben wir denn hier alles in unserem geschenk wir stark codes habe ich jetzt nicht kann ich beides anklicken ich glaube ja landwirt landwirt ja landwirt gut dann macht das hier mal selber so eine banane habe ich jetzt was ist denn der name jetzt auf einmal keine ahnung so dass ich wieder eine neue frucht jetzt habe ich in stufe 1 erreicht wir brauchen 500 für eine wiedergeburt naja ja noch einmal und dann habe ich die so vier mal habe ich jetzt perfekt hallo so autotrain manchmal an also wir haben jetzt also 1k brauchen wir jetzt für eine neue wiedergeburt dann plus 40 prozent haben wir jetzt irgendwie machen wir dann jetzt wo ging ja warte mal wir müssen ja erstmal kurz was gucken jetzt hier ja 25.000 so jetzt haben wir einmal das nächste würde sagen wir machen jetzt einmal hier kurz alle dinge was ist denn das nächste 40.000 haben wir ja easy ja weiß ich jetzt nicht was wir wollen sollen was wir einmal machen können ist gegen niemanden kämpfen weil wir ja auch hier noch sachen kaufen können 5 siegel 35 siegel 90 siegel machen wir mal 35 siegel zack wie teuer ist das denn das teuerste jetzt so was ich im prinzip noch erreichen könnte sag ich mal hier 600 ne ja gut dann gehen wir mal hier ein bisschen kämpfen gegen den kollegen gegen den baumeister wie viel kriegen wir denn hier wie viel brauchen wir tausend ja easy wirken der 375 von jetzt ein hammer 600 war das teuerste 1200 da sparen ich auch noch mal eben kurz drauf sag so ok und jetzt spannen wir einmal hier wieder auf die wiedergeburt warten so noch einmal und dann habe ich die nämlich so haben wir wieder einmal wieder geburt gemacht jetzt können wir immer wieder autotrain anmachen so 2500 brauchen wir jetzt ok jetzt könnten wir aber tatsächlich alle drei dinge kaufen aber leiden ich würde sagen das war es erstmal mit dem video wenn euch das video gefallen hat lasst gerne ein like ein abo und kommentar da schaut außerdem auf meinem disco vorbei der ist unten in der video schon verlinkt aktiviert die glöcke damit ich kein video mehr verpasst hat und auch 300